ich habe es auch noch bisher noch keinen geschafft einen in pvp zu besiegen außer den einen der afgabe hat doch ich habe schon mehrere im pvp besiegt wir schon öfter mörder hinter dir der revolver hat sich drauf ja das war meine zerschossen heißt tschüss tschüss meine wäden aus der kofferruppe vorhanden für koffer 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 waren auf die kurste berriaha im haustren jürgen hansen den handy hast du schon ein ich hab schon eins welches Haus ich empfehle euch übrigens wenn ihr Zombies aufgeschreckt habt und in eurer Nähe ein Haus habt rennt ins Haus im Haus können die Zombies irgendwie nicht rennen ich hatte gerade glaube ich 6 und ich kann mir diese keine Ziele was macht ihr denn warum wirst du denn eine Waffe in den vierten doof hast du elf gedrückt auch zu sehen nein Schiff schießt mal Session los verdammt habe ich auch was ist das für eine Frechheit ja Dito ah wir melden uns wieder wenn wir auf dem Server sind so da sind wir wieder ich weiß nicht wo ich bin und B steht da immer noch Loading also wir sind wieder auf dem gleichen Server ich bin leider blutend gestartet und dann hat mich direkt ein Zombie gesehen das war jetzt ein bisschen eine Fehlrunde Menstruation jetzt habe ich jetzt Scrap Metal gefunden in so einer Fabrik ich glaube das ist auch für Vehikelteile aber der Inhalt von den von der Firma ach von der Firma von der Fabrik hier ist anders als gerade noch also das ist wohl irgendwie jetzt geändert ja bei mir auch wir haben auch diesmal nichts drin naja ich habe mal nice also ich bin jetzt gerade gar nicht so kackiges ausgestattet was mir ein bisschen noch fehlt ist eine Map und ja es wird quasi mal wieder Zeit nicht zu sterben bringt der Escape-Wart vielleicht hat er sich verschluckt oder so beim Connecten ja er ist übrigens raus der hatte keine Lust mehr für Leute die sich wundern dass diese wunderschöne Stimme nicht mehr ertönt hallo dann kannst du auch probieren hattet ihr da gerade eigentlich als wir die Session Lost hatten irgendwie ein Encounter mit Zombies oder mit Menschen mit Zombies Stimmt, die stand vor einem Zombie und ich wüsste nicht, dass er auch F gedrückt hat weil der hat einfach seine Flair dem in die Fresse geschmissen hehehe der muss eigentlich F gedrückt haben sonst ist äh Alt-F4-Time ne Christian? Nö Alt-F4 hilft nicht lol ok krass also das spielt bei mir auch schon als war nicht connected aber das hat Abschluss noch nie hallo, ist Armat 2, ja, wackfreies Spiel haha ist ein langer Betatest euch gegangen er ist ja jetzt auch schon fertige Mod oder so, ist ja keine Alpha-Version oder so genau so, ich bin beim Czernohospital und ich hab ein bisschen, ein bisschen Schiss ich hab gehört, du bringst ein Bloodpack mit ich hab gehört, die Zelte sind leer, what the fuck ist denn hier los? was? ah, vielleicht auch nicht oh, was haben wir denn hier feines? uiuiuiui, ja, ich hab gehört, ich bring dir ein Bloodpack mit oh shit oh cool, hab ich wirklich Zeit, bis Christian wieder da ist, mit ihm nach Elektro zu laufen, um dann da zu sein, wenn er auch da ist ich bin doch gestorben ach ja stimmt, du bist gestorben, da bin ich quasi gerade an dir vorbeigelaufen also das bin ich sehr geschickt ja, ne, also an der Stelle, wo du wieder aufgetaucht bist wie soll das denn gehen? wie soll das denn gehen? woher wärst du denn, wo ich wieder auftauche? du hast doch gesagt, du bist da bei Schießmichton aufgetaucht, wo kein, ähm, wo, wo das nicht mit drin stand, wo genau du aufgetaucht bist das ist im Kyoto Cup da in der Nähe ist ein Leuchtturm den hab ich noch nicht gesehen, da war nur ein Städtchen wieder aber kann sein keine Ahnung im Norden gelaufen bist egal, wenn du gleich am Server bist, dann sagst du mir das nochmal am Wack soll ich jetzt hier wahren oder so? ich werde da Richtung Elektro laufen also in Elektro war ich vorsichtig, da waren eben einiges an Spielern ja, ich höre das, aber genau deswegen will ich da ja hin ich hab noch nie einen vernünftigen Rucksack gefunden, ey ja, alles so geil, weil ich bis jetzt gefunden hab, hab ich auch anderen Leuten abgenommen naja, richtig so, ich hab ein paar Blood Packs dabei ich hätte jetzt gerne einen größeren Rucksack gehabt hier liegen noch so viele rum, aber die kann ich einfach nicht mitnehmen hast du einen Reifen weg, Peter? ich hab keinen Reifen dabei warum nicht, was du denn ein Auto findest? dann weiß ich wo das ist und dann, äh dann möchte ich die Position dann merke ich mir die Position dann wissen wir noch nicht ja, richtig jawoll oh nein so, zauber? nee, Polen hat noch dazu geschossen wegen den Spielen die überhaupt Russland diese Polen und Czerno war jetzt bei mir leider nicht ganz so erfolgreich ich hätte unheimlich gerne eine Map oder Ferngläser gefunden ja, dann geh doch mal in Czerno und in die Fabrik ja, so traulich, Peter ich war in der Fabrik eigentlich ich war einmal in der Kirche ich war im Supermarkt ich bin durch die Fabrik gelaufen und war dann beim Hospital dann check doch mal den, den Hafen aus ja, da bin ich gespawnt am Anfang du bist an dem Hafen von Czerno Gors ja, ich bin einmal, einmal um Czerno rum quasi okay was sagst du, oben wieder zum Flugfeld? zum Flugfeld zum Flugfeld, ich dachte jetzt eigentlich ich gehe so mehr so euch entgegen ja, ich warte jetzt einfach mal soll Christian endlich zäunt damit ich dann gucken kann, wo der ist was soll ich da wirklich reingehen? boah ja das wird mein Tod sein oh ja echt? bist du tot? na, keine Ahnung klar Föder ist ja gestorben das werde ich in fünf Minuten haben na, könnte gut sein ich glaube, er ist so weit offene Feld direkt an Czerno vorbei uh, mich sieht keiner ich sehe euch nicht, ihr seht mich nicht okay, Deal andere Spieler und Christian höre Christian hm wieder da Solnitschni ah, ok, das ist dann, wusste ich das genau die Stadt aber ich hab gerade extrem bloodloss warum auch immer blinkt dein, dein Blut in deinem Blut ist das so ein Kreuz drin ja, ziemlich bandagieren komm zu dir, gerannt ich hoffe, über die Bahnschienen die sind ein bisschen links von der Hauptstraße oh, dürfte nicht lange brauchen ich sag mal so drei, vier Minuten weil ich mich bandagiert hab leul, hieß direkt neben dem Zombie, neben mir aber nice hm den hab ich jetzt in die Eier geschossen aber jetzt hab ich wahrscheinlich irgendwelche gebrochenen Knochen dann hast du rechts ein Zeichen da du gebrochene Knochen hast ja dann brauchst du die Immorphinspritze dagegen da ist ein bisschen komisch aber dann geht's dir wieder besser oh, ne, mir steht schon wieder ein Zombie ja, wenn du schießt, kommen die genau, du musst wegrennen du musst aus der Stadt rausrennen war auch das Feld so schön rennen, wenn ich noch ne Knochen hab klick, klick, klick ich hab keine Munition mehr jetzt geh ich drauf ich krieg da auch so schnell Panik bei okay, also wo ich nicht richtig soll die Schieren, alles klar, mal wieder zurück Alter, hier liegen überall Huntingnerves rum da hab ich doch schon längst gibt noch was Neues das ist echt, Christian? bin schon tot ach so, weil dann steht noch nicht Brother Toro's Killstand hat er noch nicht der Chat ist irgendwie sowieso total ruhig und wieder ne Axt die ich schon hab fuck you ey na, dann sag Christian will ich sofort bestimmt wo er ist hi ich bin in Komarowo das ist westlich links unten die Stadt einer von denen ist das links sagste also in die andere Richtung das heißt ich bin jetzt quasi zwischen euch beiden wo er sich mit sich er sich hat noch mal nach ob er die stelle ist wo man bringt hat wird da oben in die suche hinzugeben die suche und bei der mann der plätze suche ach so, ja was passiert auf dem war komarowo zwei städte links neben Chagorsk okay ah da ist komarowo ja jetzt ist auch da ist ein Flughafen bei Baluta ja, rechts daneben ist Flughafen ha sollte der Flughafen unsere Location sein sollte ich noch mal um Scheiß-Cherne rumlaufen und zum Flughafen gehen ha ich muss auch noch so lange aber na du bist nämlich ein ganzes Stück weiter weg rennst du eigentlich die ganze Zeit? ja, haben natürlich, achso das ist eine volle Möhre ja und das macht nicht weniger dass man dann mehr essen und mehr trinken braucht oder wie? zumindest ich bin von mir aber nicht bemerkt war also ich bin noch nie so lange gelaufen ich bin gerade überfahren worden wie fährt man das bitte? und ich bin tot obwohl ich noch 6.616,2 live habe ich bin überfahren worden gut, das heißt wenigstens auf diesem Server gibt's definitiv Fahrzeuge Alter, wie geil war das bitte? der Fahrer sah voll geil aus wie halt so ein Pickup-Truck, wa? ich hab mich erst voll spät umgedreht als ich angefangen hab den zu hören als ich mich umgedreht stand ich quasi schon in dem drin was ein Penner? als der nicht einfach über den Haufen fährt, ey da bin ich nicht mehr auf der Straße gelaufen also ich bin zwar auf der Straße gelaufen aber ich wollte die eigentlich nur gerade überqueren was für ein Zufall das war ja Dennis, hast du nicht geguckt als du über die Straße gegangen bist, wa? ja, hab ich echt nicht oh, da war ein Spieler Alter, okay, war geil wie gecheckt hat man eigentlich kann man jemand sagen ich bin elektrisch Punkt oder so und mit dem Punkt und Komma kannst du die Channel wechseln irgendwie sehe ich bei mir keinen Chat da unten also irgendwie sagt bei mir niemand was die Ballert einer rum jetzt habe ich aber geschrieben kam bei mir nicht an ja, auf jeden Fall habe ich jetzt elektro in welchem Chat hast du denn was geschrieben? wenn da nur weiße Schrift war dann hast du da dann sehen das glaube ich nur Leute bei dir in der Nähe okay, aber gib bei mir nur 4 3 Chats Direct Communication, Group Channel und Vehicle Channel probier's mal mit dem Group Channel da habe ich noch eingeschrieben ne, kam nicht an bei mir egal, da bin ich halt halt elektro hab's also nicht so viel verloren das heißt, ich bin erst recht zwischen euch beiden wieso geht denn jetzt meine rechte Maustaste nicht mehr? ah ok, ich bin links von elektro das ist gut ja, ab nach elektro, sagst du bitte hattest du halt nicht eben auch? äh, meine, deine linke Maustaste geht nicht mehr? wie meine rechte ich kann nicht mehr Kim und Korn zielen äh